Oh mein Gott. Ich bin gestorben. Nein. Doch. Ja. Nichts ist unmöglich. Ich mache es möglich. Ich muss jetzt diese Coins da, nicht diese Coins, dieses Geld, dieses Bowser-Geld muss ich holen. Aber ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ruhi, es ist nicht so wie Sustin. Oh, scheiße. Ruhi. Oh nein. Oh. 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 Voll gut gemacht, ne? Aber voll. Also die Steuerung, ne? Nicht mal ich da kann, nicht mal ich kann hier klagen. Wenn ich klage, Gott bestraft. Aber jetzt ohne Scheiß. Ich wollte, die Steuerung hat jetzt wirklich versagt. Also ich muss sagen, die Steuerung hat gerade versagt. Unglaublich. Ab und zu. Ich will ja nicht meckern. Aber das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Geh weg, Vogel. Nein, nicht du. Ich meine, der andere. Der rumst an die Nüsse. Ich meine, Feder. Will. Ja. Oh, guck mal, wer läuft. Ich könnte ihn auffressen. Brutal. Nein. 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 Scheiße. Alter. Nimm, nimm, nimm noch mehr Coins. Kann ich sowieso nichts kaufen. Oder? Ja, man hat zu viel Geld. So ist das im Leben. Wie im echten Leben. Das Spiel ist so realistisch. Brutal. Wie echt. Ich schwöre. Im echten Leben auch. Hast du so viel Geld? Gar keine Lust mehr. Hast du gar keine Lust mehr drauf etwas? Aber wenn du kein Geld hast, nimmst du auf? Ja. Alter, ich habe gedacht, du nimmst nicht auf. Wie kannst du nun? Wie kannst du nicht aufnehmen? So. Juck, nein. Nein. Okay. Das ganze Geld habe ich, ohne hochzuklettern zu müssen. So geht auch. Kein Problem. So. Da habe ich noch Geld gesehen. Übrigens. Komm. Vogel. Wo? Wo? Wo habe ich gesehen? Aha. Komm ich da hoch? Ah ja, voll. Wie? Ja. Und tut mir leid an die Zuschauer auf YouTube. Ich habe gesehen, viele Let's Player, die rennen durch Super Mario Odyssey, wenn sie aufnehmen. Ja. Die machen so schnell, schnell, damit sie weiterkommen und in 20 Parts das Spiel durchhaben. Und was mache ich? Ich spiele einfach und ja, zeige euch, was ich erkunde. Also ich mache nicht so, dass ich jetzt das schneide und dann, ich werde alles hochladen. Falls ihr Lust habt, schön. Falls nicht, auch gut. Ne? Aber ich werde jetzt nicht da irgendwie, wie die anderen, nur so schnell zum, also immer so weiter schnell zum Gebiet, ja. Also ich habe gesehen, wie die Leute 20, 25 Parts gebraucht haben für das Spiel. Und ich bin jetzt schon bei 100, nein Spaß, nicht 100, aber schon ein bisschen. Naja. Alter, das stirbt jetzt ja nicht, sonst raste ich aus. Wo, wo mein Ami, wo, wo? So. Hi. Ja, ich bin halt ein Fußball-Fan, Crash-Styler, deswegen, ne? Es ist so geil, guck mal. Es ist so genau. Wenn ich sterbe, ist das Gameplay schon, aber sonst haben wir. Nein, nein. So. Oh, das erste Mal richtig geklettert. Mir kommen die Tränen. Es ist so ein wunderschönes Gefühl. Gib, gib Geld. Nein. 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 Oh, scheiße. Oh, guck mal. Wie Titanic. Oh nein, da ist auch noch Geld. Scheiße. Ich muss es haben. Ich bin geldsüchtig. Nur in diesem Spiel. Sonst, ich hasse Geld. Wer braucht Geld, bitte. Mit Küsschen bekomme ich alles, was ich will. Zum Glück. So. Juhu. Nein. Oh. Da noch, da noch, da noch. Mach, 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 mach. Geh weg. War ich da schon? Ich glaube. Aber die Steuerung. Aha. Guck mal, was. Wow. Was ist da? Alter, wo ist das Geld? Angst und Geld, hab ich keine. Wo ist das? Wie komme ich da runter? Hä? Jetzt aber. Soll ich da runterspringen oder was? Aber voll. Ich muss. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Ei. Nein. Mit dem Voll. Oh, wie soll ich mit Vogel hier? Okay. Oh, jetzt ist es gewesen. Kann ich jetzt reisen zum Beispiel? Nein. Alter, wie soll ich da runter gehen? Hallo, Benner. Hallo, willkommen. Hallo, hallo. In das Loch packen. Wo? Welches Loch? Loch. Es gibt ein Loch. Wo war das? Wer hat das gesehen? Ja, normal, Thomas. Du weißt. Wo? Wo? Wo Schnabel? Wo muss? Wo muss mein Schnabel hin? Oha. Er rastet aus. Mein Vogel. Mein Vogel rastet aus. Ich muss nicht falsch verstehen. Ich meine, er rastet aus. Ich... Aha, jetzt habe ich es gesehen. Selber gefunden, übrigens. Zuschauer haben nichts gesagt. Nein, nein, Spaß. Zuschauer hat gesagt. Sonst... Guck mal, riesen Löcher macht er. Alter. Werd ich so einen Schnabel? Werd ich Geschichte schreiben? Geschichte. Geschichte. Oh, guck mal, wie er sie bewegt. Ich kann nicht. Aha. Nimm. Geld. Oh. Mario ist so Geldsüchtig. Mario ist so Geldgeil. Er hat noch nie Geld gehabt. Deswegen, Leute. Er ist zu arm. Deswegen. Weil er Geld sieht. Er bekommt Saban. Wie ich. Das hat aber nichts mit... Kein Geld zu tun. Alter. Wie komme ich da runter? Weiß das jemand? 1000 Euro. 1000 Coins. Ja, ich habe es nicht gesehen. Ich bin blind. Entschuldigung. Alter, wie komme ich da hin? Mit dem Vogel? Wow. Es kann nur einen geben. Bei wie vielen Folgen bist du denn gerade? Ich will darüber nicht reden. Ich habe nicht gezählt. Ich glaube, ja. Mal gucken. Sind, glaube ich, dann schon 60. Ich genieße auch. Ich genieße auch. Die anderen rennen durch. Was mache ich? Genießen. Guck mal, wie ich genieße. Nein, nein. Ey, genieße nicht mehr. Genieße nicht mehr. Wenn du so machst, genieße nicht. Du bist so ungenieße nicht mehr. Du Pule, du. Du Pule-Schenkel. Oh, Geld. Oh. Nimm, nimm. Das ist garantis. Nimm alles. Nimm alles. Kipp. Nein, ich muss zurück. Warum? Dort war... Dort war doch etwas. Oder? Oh. Nein. Nein. Was macht die glänzende Kiste? Sie glänzt. Nein. Oh mein Gott, du bist auch ein Genie. Nein, das habe ich aber schon, glaube ich. Die habe ich schon alle kaputt gemacht. Wenn man stirbt, sind die... Siehst du, da wäre ein Mond. Aber so gut gesehen. 1000 Euro auch. Alle sind Millionäre. Bei meinem Stream. Ja, seht ihr? Es bringt schon. Oho. Nein. Wieso lässt du los? Wieso lässt du los? Das Game ist kurz, ja? Würde ich nicht aufnehmen? Würde ich für mich selber spielen? 50 Part. Ja, ja. Es ist kurz. Definitiv ist kurz. Ich bin auch... Ich habe auch Probleme, weißt du? Mit Orientierung und so. Also. Würde ich sagen, ja. Ich wäre auch gerne... Da ein... Ein talentierter... Wegweiser. Alter, wie habe ich es vorhin geschafft? Ich muss da hin. Ich muss da hin. Ich habe den Mond geholt. Dort war noch eine Röhre oder so. Oh nein. Stress mich jetzt nicht. Ich will das haben. Komm. Also noch mal. Bitte. Betet. Oh. Fü- Schnell. Ja. Okay. Super. Kein Problem, wie man sieht. Da will ich rein. Dann habe ich schon. Juhu. Er wird Millionär. Oh nein. Für das bin ich... Für das habe ich gelitten. Gelogen. Betrogen bin ich. Betrogen. Amiibo. Amiibo. Mach, mach, mach. Mach, 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 mach. Okay. Ladies and gentlemen. Oha. Er fliegt selber. Oh mein Gott. Einkaufen. Mein Hobby. Oha, da ist Geld. Wer wird Millionär? Aha, ein Mensch. Samurai. Nio. Ist das Nio? Nio? Bist du es? Nein, ich bin Karatos. Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit ein... Ich kann nicht mehr lesen. Musst du dich schon mit mehr Hingabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Du siehst nicht gerade wie ein Samurai aus. Du auch nicht. Welche Probleme? Ja, du dich kaputt machen alles. Mach mich nicht hässig. Mach mich nicht hässig. Boah, was ist das? Also, Samurai. Ui. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Oha, speichern. Wow. I like the move it more. I like the move it more. Oha, copyright. Copyright, nicht singen. Aha. Nein. Juhu. Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Habt ihr gesehen, wie ich schnell ich gefunden habe? Zwei Sekunden. Ja, normal. Tausend Euro. Oh, normal. Wie viel willst du? Wie viel willst du? Gib Adresse. Aha. Da kommt noch so einer. Ey, diese Augen, ne? Diese Augen lügen nicht. Wer kommt da rein? Einmal geht noch. Einmal geht noch rein. Oha, noch ein Mond. Alter, ich bin der richtige... Ich bin ja ein richtiger Mondjäger. Es kann nur einen geben. So. Juhu. Ich komme... Mir kommen die Tränen. Weine nicht. Untergrund. Shizu. Was? Wie meinst du das? Shizu? Okay. Ich glaube, das ist gut gemeint. Okay, wir können jetzt einkaufen gehen. Aber warte mal. Wie komme ich da hoch? Doktore? Aha. Nein, nochmal. Aha. Hey, voll gut, ne? Okay, genug. Genug Hochzeit. Er freut sich. Er heiratet. Guck mal. Seit Jahren hat er nicht geheiratet. Seit Jahren. Was? Eine Frage an die lieben Zuschauer. Wenn ihr erraten müsstet, aber jetzt ohne zu scheiße, ohne zu scheißen, nein, ohne zu bescheißen, nein, ohne zu... Ohne Witz. Genau. Ohne Witz. Wenn ihr erraten müsstet, und ihr würdet eine Million Euro bekommen, wie alt würdet ihr den Mario schätzen? Wie alt sieht er aus? Wie alt sieht er aus? Genau, übertreiben. Übertreibt nicht, genau. Hallo, Detective. Hallo. Willkommen. Wie alt sieht er aus? Das habe ich mir schon ein paar Mal gefragt. Ja, ich frage mich. Ich habe nichts zu tun und frage mich, wie alt ist Mario? Der ist 43. Was? Oha. Wieso? Wieso 43? Alter, ich bin 33. In 10 Jahren sehe ich auch so aus. Komm, ich komme zu dir. Komm, ich komme zu dir. 21. Ja. Übertreib. 21. Alter. Nicht dein Ernst. Ich kann es nicht leisten. Ich kann es nicht leisten. Alter, ich habe gedacht, das gehört dazu. Oh. 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 Okay, Samurai. Ich bin Samurai. So, jetzt habe ich noch 17 Euro. Ich kann nichts mehr kaufen. Die will ich nicht. Ich kaufe die Kleidungen zuerst. Ja. Besser. Hallo, Evi. Hallo, Evi. Hallo, willkommen. Komm. 35. Also, einer sagt 43. Einer sagt 21. Thomas sagt 35. Alter. Er springt, aber... Ich meine, guck mal. Er ist doch nicht 21. Wie alt bin ich dann? 12? Guck mal, wie jung er aussieht. Er ist alt. Ich denke, also wenn ich... Scheißen. Ich meine, wenn ich... Erraten müsste, würde ich sagen... 42. Ich würde sagen 42. Was sagst du? Wenn du sehen willst, was da drin abgeht. Ja, ja, ich weiß. Mit dieser Rüstung siehst du aus wie ein Samurai-Krieger. Awesome. This is awesome. Okay, girls. Ich komme rein. Siehst du? Wer kommt nicht rein? Natürlich komme ich rein. Juhu. Ich bin drin. Wo bin ich jetzt? Was ist das? Yoga? Yoga? Jetzt gibt es Yoga. Wow. Vielen Dank.